Wir danken noch einmal für alles, was wir bekommen haben. Und lassen los. Lassen los die Kohle, den Werkbau. Und lassen mit den Flammen die Kohle transformieren in etwas Neues. Etwas Gutes. Neue Energie. Das ist Salbei. Salbei. Auch Maler Salbei hier aus dem Garten. Salbei ist etwas stark Reinigendes. Und für die Spirit. Als Dank. Da auf der anderen Seite hast du mehr Platz zwischen den Kackeln. Links von der Seite. Ja, es ist so viel hier. Ich möchte nur nicht, dass der Salbei gleich geht. Ich bin hier. Und hier haben wir auch noch ein paar Rosenblätter. Rosenblätter als Zeichen der Liebe. der Liebe von Mutter Erde zu uns. Und wir singen jetzt gleich noch. I circle around. Und jeder, der möchte, kann, wenn er es mag, zum Feuer gehen und das ins Feuer geben, was er loslassen möchte. Was er einfach abgeben möchte. Genau, ihr könnt jetzt auch.